Das rockt. Resomos. Drei Jungs aus Trier, die sich ganz dem Rock verschrieben haben. Am kommenden Freitag das Unplugged Konzert. Nur hier bei City Radio Trier in der Paulinstraße 1. Hörst du, lass es nicht vergehen. Das große Resomos Unplugged Konzert. Am Freitag, den 8. Juni, ab 16 Uhr. Nur bei City Radio Trier in der Paulinstraße 1.